Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen das Keyword-Tool Answer the Public vorstellen. Ein, wie ich finde, sehr gutes Tool, um erst einmal Suchbegriffe zu sammeln. Sie stellen hier zunächst die Sprache ein, auf Deutsch, und können dann entsprechend unseres Beispiels den Begriff Rasenmäher einmal eingeben und es deutet dann an, dass eine Frage GetQuestions ausgerufen wird, wenn das Tool fertig gerechnet hat. Es hat also hier 197 Fragen zu dem Suchbegriff Rasenmäher ausgeworfen. Sie sehen das dann einmal grafisch, das heißt warum, wie, wohin, was und so weiter. All das sind ja Fragen, die potenzielle Suchende auch in die Suchmaschine eingeben können. Sie können sich das auch als Daten angeben, anzeigen lassen und entsprechend sind hier dann auch noch weitere Optionen wie Präpositionen, also ohne, mit, an und so weiter, Rasenmäher mit Antrieb, Rasenmäher ohne Motor und so weiter. Also wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten eben hier entsprechend Ideen für eine Keyword-Analyse zu bekommen. Auch alphabetisch ist das Ganze dann nochmal hier aufgelistet und Sie sehen schon, ich habe jetzt nur einen einzigen Suchbegriff zu Beginn eingegeben und bekomme wirklich eine sehr, sehr breit gefächerte Ansicht und sehr, sehr viele Vorschläge, die ich dann auch gleich exportieren kann in Microsoft Excel und der große Vorteil ist hier, das Tool ist komplett kostenfrei und daher eine sehr gute Möglichkeit, um zu Beginn einer Keyword-Analyse eben erst einmal Ideen zu sammeln. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, um zu Beginn einer Keyword-Analyse-Analyse-Analyse-Analyse-Analyse-Analyse-Analyse. Vielen Dank. Vielen Dank.